Hallo meine Lieben, im heutigen Video geht es darum, was man alles packen muss, wenn man mit einem Baby in Urlaub fährt. Ja, ich werde versuchen, möglichst viele Arten von Urlaub mit diesem Video abzudecken. Also egal, ob ihr mit dem Auto oder mit dem Flugzeug anreist und auch egal, wo ihr hinfahrt. Natürlich hat es jetzt keinen Anspruch auf komplette Vollständigkeit, aber es soll euch mal so einen groben Überblick geben, sowohl die Standardsachen, die man natürlich immer mitnehmen muss, aber noch so ein paar kleine Tipps von mir, was ich halt einfach praktisch finde, auch noch ein paar Produkte, die ich euch zeigen möchte. Ja, lasst uns einmal starten. Also wir fangen einmal an mit den absoluten Basics natürlich, nämlich mit der Kleidung. Also meine Empfehlung ist, dass man so circa ein Outfit pro Tag mitnimmt. Kommt natürlich ein bisschen drauf an, ob man auch vor Ort die Möglichkeit hat zu waschen. Und es kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, wie euer Baby so drauf ist. Also ich erinnere mich noch, als unser Kleider zum Beispiel so drei, vier Monate alt war, ist es schon mal vorgekommen, dass zweimal am Tag irgendwie die Windel ausgelaufen ist und wir einen neuen Body anziehen mussten. Mittlerweile ist es so, dass er eher durch das Essen seine Kleidung schmutzig macht und wir deswegen eigentlich mehr Oberbürgern. Oberbekleidung brauchen. Also da muss man natürlich so ein bisschen individuell abhängig machen, aber so ganz grob gesagt, macht ein Outfit pro Tag irgendwie Sinn und gegebenenfalls vielleicht ein paar mehr Bodies. So, die Sachen packe ich jetzt einmal ein. Also hier die Bodies, dann habe ich jetzt hier so ein Stapel Pullover und dann noch ein paar dickere und dünnere Hosen für den Kleiden. Ja, dann braucht man natürlich auch die entsprechende Oberbekleidung. Da kommt es natürlich sehr stark drauf an, wo man hinfährt und wie warm es dort vor Ort ist. Also gegebenenfalls macht so eine dünnere Jacke Sinn, die man einfach dann am Abend drüber ziehen kann, wenn man in einen eher wärmeren Ort fährt. Wenn man jetzt irgendwie viel draußen unterwegs ist, auch gegebenenfalls regnen kann, dann macht auch natürlich so eine Kombination aus einer Regenjacke und so einer Matschhose Sinn. Und wenn man jetzt wirklich irgendwo hinfährt, wo es richtig kalt ist, vielleicht sogar ein Schnee oder so, dann kann ich euch natürlich hier so einen wasserdichten und gefütterten Overall zum Beispiel empfehlen. Also da ist es wirklich sehr stark davon abhängig, wo ihr hinfahrt und wie die Temperaturen da sind. Ja, dann macht es natürlich auch noch Sinn, so Standardsachen mitzunehmen, wie irgendwie Socken, also dünnere oder dickere. Gerade für das Flugzeug kann ich euch empfehlen, auch mal so ein bisschen dickere Socken mitzunehmen, weil es im Flugzeug dann mal kalt sein kann, damit euer Baby einfach warme Füße auf jeden Fall hat. Dann natürlich eine Mütze, also entweder so eine Sonnenmütze, wenn man jetzt in ein sonniges Land fährt oder eben dann auch so eine Wollmütze, wenn man jetzt irgendwo ein kühleres Urlaubsziel fährt. Was ich euch auch empfehlen kann, ist auf jeden Fall mal so eine kleine Packung rein in der Tube mitzunehmen, dass man halt gegebenenfalls auch zu Not mal schnell im Waschbecken irgendwie einen Fleck aus einem Oberteil oder aus einem Body wieder rauswaschen kann. Ja, dann macht natürlich auch Wickelutensilien absolut Sinn. Also da kommt es natürlich auch wieder drauf an, ob ihr jetzt vor Ort am Urlaubsziel einkaufen gehen könnt, würde ich euch auch empfehlen. Also je nachdem, wie lange man wegfährt, macht es normalerweise keinen Sinn, jetzt irgendwie die kompletten Windeln für die Zeit mitzunehmen, weil die einfach viel zu viel Platz wegnehmen. Aber ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, natürlich so für den Anreisetag alles in die Wickeltasche zu packen, die man dann halt auch im Handgepäck oder im Auto eben griffbereit bei sich hat. Und dann vielleicht doch mal so einen Schwungwindeln, den man so für den ersten Tag vor Ort irgendwie auch nutzen kann, wenn man jetzt irgendwie nicht sofort die Möglichkeit hat, irgendwie einzukaufen. Also hier einfach mal so einen Stapel Windeln und vielleicht nochmal ein, zwei Wickelunterlagen. Dann ist man da auf jeden Fall am Anfang erstmal gut ausgestattet. Ja, dann natürlich auch die entsprechenden Pflegeprodukte, also hier natürlich so eine Wundschutzcreme, wobei man die natürlich auch dann gegebenenfalls in die Wickeltasche packen würde. Und dann natürlich noch so alles, was ihr sonst so an Cremes braucht, also zum Beispiel so ein Wind- und Wettercreme, wenn man jetzt irgendwie an einen Ort fährt, wo es eher ein bisschen windiger oder kühler ist. Natürlich auch dann sowas wie eine Bürste macht natürlich auch Sinn. Handtuch und Waschlappen, wenn man das Kind vor Ort mal irgendwie baden oder waschen möchte, natürlich auch auf jeden Fall. Dann natürlich generell irgendwie einen ganzen Schwung von solchen Spucktüchern, damit man einfach unterwegs irgendwas wegwischen kann, wenn das Baby spuckt, wenn irgendwas daneben geht oder sonst wie. Also da gerne auf jeden Fall ein paar mitnehmen. Und dann auf jeden Fall natürlich so die ganzen Medikamente, die das Kind irgendwie braucht, also sowas wie Augentropfen, irgendwie so eine Finestilcreme zum Beispiel, Nasentropfen, falls die Nase irgendwie zuholt, natürlich Fieberzäpfchen, gegebenenfalls Kümmelzäpfchen, ein Fieberthermometer und ähnliche Dinge. Also da müsst ihr natürlich auch nochmal speziell schauen, was euer Kind halt braucht. Also das einmal alles hier so einpacken. Es macht auch natürlich dann Sinn, vielleicht nochmal so ein paar wichtige Dinge, die man auch gegebenenfalls bei der Anreise schon brauchen könnte, natürlich auch nochmal ins Handgepäck zu packen. Ja, dann wenn euer Kind schon Zähne hat, natürlich auch irgendwie eine Zahnbürste oder so ein Fingerling und irgendwie Zahnpaste. Und wenn euer Kind irgendwie zahnt oder eventuell zahnen könnte, macht auch so ein Beißring vielleicht noch Sinn. Ja, dann geht es weiter mit dem ganzen Thema Schlafen. Also da natürlich auf jeden Fall irgendwie Schlafsäcke. Also ich persönlich nehme eigentlich immer einen dünneren und einen dickeren Schlafsack mit, je nachdem, wo ich hinfahre, eben vielleicht einen mit und einen ohne Ärmel. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil es natürlich immer sein kann, dass irgendwie irgendein Unglück passiert und ein Schlafsack irgendwie eingesaut ist und man dann auch vielleicht ganz schnell einen zweiten braucht und nicht die Möglichkeit hat, dazwischen noch zu waschen. Und außerdem weiß man auch immer nicht so ganz, wie warm es dann vor Ort irgendwie im Zimmer sein wird. Also selbst wenn man es in ein wärmeres Land fährt, kann es natürlich auch nicht sein, dass es dachts noch kühl ist oder bis das im Zimmer irgendwie kühl ist. Und dass man da einfach auf der sicheren Seite ist und halt irgendwie so zwei Möglichkeiten hat, würde ich halt immer zwei Schlafsäcke empfehlen und auch vielleicht gegebenenfalls noch einen Schlafanzug auf jeden Fall mit dazu, sodass man einfach die Möglichkeit hat, halt irgendwie das Kind dicker oder dünner nachts anzuziehen. Ja, was ich euch auch auf jeden Fall empfehlen kann, ist rotes Nachtlicht mitzunehmen. Also ich nehme tatsächlich immer eigentlich zwei Sachen mit, also zum einen hier diese Campinglampe von Decathlon, die kann man hier so anmachen, dann kommt hier so ein rotes Licht. Die habe ich immer einfach dabei, damit ich einfach nachts, wenn ich mal die Windel wechseln muss, halt nicht komplett das ganze Licht im Zimmer anmachen muss, unser Kleiner so super wach wird, sondern ich einfach mit diesem roten Licht halt genug sehe, aber ihn halt damit eben nicht mehr wach mache. Haben wir aber auch schon genutzt, als wir zum Beispiel irgendwie, als der Kleine nachts geschlafen hat, irgendwie draußen auf dem Balkon saßen, dann haben wir es einfach genutzt, damit wir selber auch ein bisschen Licht haben. Und als zweites habe ich auch immer dieses Steckdosenlicht dabei, das ist ziemlich cool, das steckt man einfach in die Steckdose und dann strahlt es so ein rotes Licht aus, das geht von selber an, wenn es eben dunkel im Zimmer wird. Das ist ein sehr schwaches Licht, das habe ich einfach immer die komplette Nacht lang an, das ist einfach genug Licht, damit man so ein bisschen was sieht, der Kleine auch ein bisschen Orientierung hat, aber eben auch niemand irgendwie von dem Licht jetzt irgendwie wachgehalten wird. Ich verlinke euch das immer unten, wie auch die ganzen anderen Produkte, die ich euch im Video zeige. Also wenn ihr für irgendein Produkt interessiert, schaut auf jeden Fall gerne einmal unten in der Beschreibung, da findet ihr dieses Produkt und andere eben verlinkt. Dann natürlich ein Babyphone, also manchmal kriegt man das auch vor Ort. Ich persönlich nehme immer lieber selber eines mit, weil man immer nicht so ganz weiß, was man da bekommt, wie die Reichweite ist. Es gibt auch manche, die muss man da mit dem Handy verbinden und so, also das ist mir immer so ein bisschen zu unsicher. Wir haben ja so ein schönes mit so einem großen Display, da kann ich auch so navigieren, also wenn der Kleine im Bett irgendwo anders hinwandert, kann ich ihn mal mit der Kamera verfolgen. Deswegen nehme ich es einfach immer lieber mit, weil es mir einfach so ein Gefühl von Sicherheit gibt, dass ich halt genau sehe, was der Kleine halt macht, wenn wir zum Beispiel irgendwie nicht im Zimmer sind nachts. Und was natürlich auch noch Sinn machen kann, ist, dass man natürlich auch eine Halterung mitnimmt, damit man das Babyphone dann auch irgendwie am Bett halt befestigen kann und halt schön von oben da irgendwie reinfilmen kann sozusagen. Ja, dann je nachdem, was natürlich euer Baby so zum Schlafen irgendwie braucht, also zum Beispiel hier so ein Kuscheltuch, falls euer Baby sowas irgendwie hat oder natürlich auch Schnuller. Dann nehme ich immer auch ein Buch mit, äh, abends zum Vorlesen, äh, weil es einfach so zu Teil unserer Abendroutine ist, dass ich immer so eine Geschichte vorlese, das nehme ich natürlich auch immer mit in Urlaub. Ja, wenn man jetzt irgendwo an den warmen Ort fährt, wo es irgendwie einen Pool gibt oder auch einen Strand, dann braucht man natürlich auch ein paar Utensilien zum Baden für die Babys, also natürlich irgendwie so eine Art Badehose oder ähnliches. Dann, was ich sehr cool finde, was ich auch immer mitnehme, ist hier dieser Schwimmtrainer von Freds Schwimm Academy, den verlinke ich euch auch einmal unten. Also den kann man aufblasen, das Baby dann hier so reinsetzen und eben so fest schnallen und dann kann das Baby eben, wenn es halt schon in dem Alter ist, wo es den Kopf so halbwegs irgendwie selber halten kann, also so circa vier Monaten, kann das Baby eben da einfach so ein bisschen selbstständig, in Anführungszeichen, im Wasser rumfloaten. Man muss natürlich immer dabei bleiben, weil es natürlich nie hundertprozentig sicher ist, aber man muss das Baby zumindest nicht die ganze Zeit so intensiv selber am Arm halten, sondern das Kind kann da einfach selber ein bisschen rumstrampeln im Wasser. Ja, was auch noch Sinn machen kann, ist, wenn es jetzt vielleicht Außentemperatur noch nicht ganz so super warm ist, dass man so einen Neopren-Teil mitnimmt. Also wir haben hier dieses, was man eben so mit so Klettverschritten aufmachen kann. So, da kann man das Baby halt sehr einfach reinpacken. Es gibt auch noch so richtige Neopren-Anzüge, also richtig zum Teil mit langen Armen oder auch mit längeren Beinen oder so. Ich habe mich auch so ein bisschen dagegen entschieden, weil ich einfach dachte, dass es dann doch sehr kompliziert ist, den Kleiner jedes Mal in diesen engen Neopren-Anzug reinzuquetschen. Und da, wo wir zum Beispiel letztes Mal hingefahren sind, war es nicht so super kalt, deswegen dachte ich, sowas reicht. Also das ist auf jeden Fall auch ganz cool, verlinke ich euch auch einmal unten. Ja, und natürlich noch ein bisschen Spielzeug, um im Wasser herum zu planschen, also hier solche kleinen Wassertierchen oder auch so ein Ball zum Beispiel. Das nehme ich halt auch immer noch mit, dass der Kleine da einfach ein bisschen damit spielen kann im Wasser. So, dann geht es weiter mit dem ganzen Thema Essen. Da kommt es natürlich auch wieder sehr stark drauf an, wie alt euer Kind ist und was es eben schon zu sich nimmt. Und ob es eben nur Milch bekommt oder auch schon Brei oder feste Nahrung zu sich nimmt. Aber ich zeige euch einfach mal so ein paar Dinge, die ich halt ganz praktisch finde. Also ich persönlich nehme auf jeden Fall immer ein paar Löffeln und Schüsseln mit, damit man einfach natürlich den Brei, den man vielleicht irgendwo bekommt, kauft oder wie auch immer einfach gut füttern kann. Beziehungsweise wenn man auch mal abends im Zimmer vielleicht selber irgendwie so ein Getreidebrei oder ähnliches macht, dass man da einfach selber ein bisschen Sachen eben dabei hat. Dann natürlich ein Trinkgefäß. Natürlich hat man immer eines sowieso natürlich im Handgepäck für unterwegs. Ich nehme auch noch ein zweites mit, falls das eine irgendwie runterfällt, kaputt geht, schmutziges wie auch immer. Dann nehme ich auch immer solche Dosen hier mit, wo man einfach so Snacks reinpacken kann. Also da habe ich schon am Buffet, am Frühstücksbuffet irgendwie einfach mal ein bisschen Brot geschmiert und da reingepackt und mitgenommen. Oder ähnliches, also das finde ich auch mal ganz praktisch. Dann, was man natürlich auch auf jeden Fall dabei haben sollte, wenn das Kind schon feste Namen zu sich nimmt, ist natürlich irgendeine Form von Lätzchen. Da macht es auch jedenfalls Sinn, direkt irgendwie zwei mitzunehmen, weil die auch dann immer relativ schnell wieder schmutzig werden. Und ja, was man natürlich dann selber jetzt so an Essen mitnimmt, hängt natürlich sehr stark davon ab, wie lange man weg ist, wie man da dort vor Ort irgendwie versorgt ist, beziehungsweise auch einkaufen kann. Also ich nehme normalerweise nicht so viel mit, weil man ja eigentlich immer in jedem Land ja eigentlich immer alles ganz gut vor Ort irgendwie kaufen kann. Das Einzige, was ich jetzt ehrlich eigentlich immer mitnehme, sind solche Quetschis, weil unser Kleiner da einfach jeden Nachmittag eigentlich einen davon bekommt. Und ja, ich da einfach nur was sicher gehen möchte, dass ich halt auf jeden Fall diese Quetschis habe und ich da aber nicht genau weiß, ob man die jetzt in jedem Land halt genauso bekommt, wie man das eben möchte. Was ich auch immer mitnehme, sind hier diese Knusperschnitten von Freche Freunde, einfach weil die halt sehr kompakt sind, also die nehmen nicht viel Platz weg. Und unser Kleiner ist die halt sehr gerne, wenn er morgens mal sehr früh wach wird, dass man ihm einfach schon mal was zu snacken geben kann. Oder halt irgendwie zwischendurch, wenn er irgendwie einfach Hunger bekommt. Ja, gegebenenfalls kann es auch Sinn machen, irgendwie einfach mal so eine Packung von so einem Porridge oder Getreidebrei oder ähnliches mitzunehmen. Für die Babys natürlich noch Prämilch bekommen, natürlich auch gegebenenfalls eigene Prämilch. Da kann es ja auch sein, dass das Kind einfach ein bisschen speziellere Wünsche, Vorstellungen, Vorlieben hat. Da ist es einfach auch gut, wenn man dann halt einfach die vertrauten Produkte irgendwie mitnimmt. Ja, außerdem nehme ich auch immer noch so ein paar Packungen Tee mit, also entweder so Früchte oder auch Fencheltee. Fencheltee hilft ja auch bei Verdauungsproblemen und dann kann ich im Kleinen auch einfach mal einen Tee machen, wenn er halt irgendwie, ja, vielleicht nicht Lust hat, so viel Wasser zu trinken oder wie auch immer. Und was ich auch wieder empfehlen kann, ist auf jeden Fall auch so ein kleines Spülmittel mitzunehmen. Also ich wasche eigentlich immer jeden Abend einmal die Löffel und den Trinkbecher und so weiter halt einfach im Badezimmer des Hotels zum Beispiel. Und da finde ich so ein kleines Spülmittel ganz praktisch, das nimmt nicht so viel Platz weg und man hat dann einfach die richtige Menge eben vor Ort dabei. Ja, dann kommen wir auch schon zu den letzten Sachen. Also auf jeden Fall macht es ja auch Sinn, noch ein bisschen Spielzeug mitzunehmen. Also was ich tatsächlich sehr cool finde, sind hier diese Teile. Die kann man mit so einem Saugnapp befestigen. Die sind für Autofahrten super, die kann man an der Scheibe befestigen oder auch im Flugzeug. Und die findet unser Kleiner auf jeden Fall immer super interessant. Die drehen sich halt, wie gesagt, so lustig und ja, die sind sehr cool. Die verlinke ich euch auch einmal unten. Ja, und dann einfach halt, je nachdem wie alt euer Kind ist, was er eben für Vorlieben hat, kann man verschiedene Dinge mitnehmen. Also ich nehme zum Beispiel mal solche Stapelbecher mit, weil die halt nicht so viel Platz wegnehmen. Oder mal so eine kleine Rassel, wenn ihr natürlich auch längere Zeit irgendwie im Auto fahrt, macht natürlich auch so eine Kette zum Beispiel sind, die man die Babyschale dran machen kann oder ähnliche Dinge. Bälle kommen auch immer sehr gut an, also da kommt es natürlich sehr stark auf die Vorlieben eures Babys dann an. Und unser Kleiner schaut auch immer ganz gerne Bücher an, deswegen nehme ich auch mal so ein, zwei kleinere Bücher irgendwie mit. Ja, ansonsten noch ein, zwei Dinge, die ich euch empfehlen kann, ist zum einen natürlich so eine Mehrfachsteckdose. Also oft hat man das Problem, dass man neben seinem Bett irgendwie das Baby vor- und vielleicht ein Nachtlicht, sein eigenes Handy und sonst wie irgendwie alles anschließen muss und halt nur eine Steckdose hat. Von daher nehme ich mal so eine Mehrfachsteckdose mit und mal auch USB-Anschlüsse hat. Und wenn euer Baby schon irgendwie mobil ist und rumkrabbelt, rumläuft, wie auch immer, kann es auch Sinn machen, nochmal so eine Steckdosen-Schützer mitzunehmen, weil die ja oft im Hotel nicht vorhanden sind, dass man einfach ganz schnell so die ganzen Steckdosen, die halt in Greifnähe sind, eben einmal absichern kann. Ja, und dann, last but not least, kann es natürlich auch noch Sinn machen, je nachdem, wie man da eben vor Ort versorgt, ist natürlich auch sein eigenes Reisebett mitzunehmen. Also gerade, wenn man jetzt im Auto anreist und im Hotel jetzt kein Baby mit vorhanden ist, dann macht es natürlich Sinn, sein eigenes Reisebett mitzunehmen. Natürlich wird man auch in den meisten Fällen irgendeine Art von Kinderwagen, Buggy oder ähnliches irgendwie mitnehmen. Dann nehme ich auch immer auf jeden Fall die Baby-Trage mit, einfach zur Sicherheit, falls ich mal irgendwo an einem Ort bin, Flugzeug, Zug oder ähnliches, wo der Kleine vielleicht nicht so gut in den Schlaf findet, dann ist halt die Trage immer so eine sichere Nummer, weil ich da halt weiß, dass er da eigentlich immer sehr gut irgendwie einschläft. Ja, und je nachdem, wie ihr verreist und wie ihr Gegebenheiten vor Ort sind, kann es auch vielleicht Sinn machen, nochmal so eine Art kleinen Sitz mitzunehmen. Also es gibt ja auch solche Baby-Wippen zum Beispiel, die man irgendwie zusammenfalten kann, nie zu viel Platz wegnehmen. Oder auch für Babys, die schon gut sitzen können, gibt es auch solche faltbaren Kindersitze, die man auch relativ klein zusammenpacken kann. Das kann halt auch Sinn machen, weil es einfach natürlich, wenn man es im Hotelzimmer zum Beispiel ist, hat man ja normalerweise keinen Babystuhl. Und das ist natürlich dann einfach schon unpraktisch, wenn man das Kind halt nie mal irgendwo kurz einfach absetzen kann. Da finde ich halt auch so einen faltbaren Sitz irgendwie ganz praktisch. Verlinke ich euch auch mal unten ein Beispiel. Also da gibt es wirklich sehr, sehr gute Sitze, die man da auch sehr kompakt zusammenfalten kann. Ja, damit ist unser Koffer auch gepackt. Der ist auch wirklich jetzt sehr voll. Wir haben aber auch natürlich jetzt sehr viel für verschiedene Arten von Urlauben gepackt. Also bei euch wird wahrscheinlich nichts ganz so voll werden. Ja, und jetzt machen wir noch einmal weiter und packen nochmal für unterwegs eine Wickel- oder Handgepäckstasche. Ja, dann machen wir noch einmal weiter mit der Wickeltasche oder mit dem Handgepäck. Also das sollte einfach so die Tasche sein, die man, egal ob es im Flugzeug, im Auto oder im Zug einfach immer bei sich hat und einfach, ja, dort alles reinpackt, was man eben griffbereit immer jederzeit braucht. Ja, in die Wickeltasche sollte zum einen mal so die ganzen Dokumente für das Baby. Also das Baby braucht, wenn es ins Ausland reist, tatsächlich auch einen Reisepass. Selbst wenn man in der EU verreist, braucht es eben diesen Kinderreisepass. Dann macht es natürlich irgendwie Sinn, dieses U-Heft auch mitzunehmen und auch den Impfpass, falls vor Ort irgendwas sein sollte, damit einfach die Ärzte halt genau sehen können, wie der Stand des Kindes gesundheitstechnisch eben ist. Ja, dann sollte man für das Baby natürlich auch Wechselkleidung mitnehmen. Also ich nehme tatsächlich immer zur Sicherheit so zwei Outfits mit, weil man einfach nie weiß, was passiert. Es geht irgendwas daneben vom Essen oder die Windel läuft aus oder wie auch immer, dass man da dann nicht irgendwie vor dem Problem steht, dass man für das Baby nichts mehr Sauberes zu anziehen hat. In dem Zusammenhang kann es natürlich auch Sinn machen, für sich selber auch Wechselkleidung mitzunehmen, weil man auch da halt nie weiß, was passiert. Es geht bei Windelwechseln irgendwas daneben, das Baby kleckert irgendwie mit Essen vor oder übergibt sich oder wie auch immer. Da ist einfach mal auch gut, wenn man halt die Möglichkeit hat, auch selber sich einmal irgendwie umzuziehen. Dann natürlich alles, was man zum Windelwechseln braucht, also natürlich genug Windeln, je nachdem, wie viele Stunden man verreist, auf jeden Fall lieber ein paar mehr mitnehmen. Es kann immer irgendwie Stau geben, der Flug hat Verspätung oder wie auch immer. Eine Wickelunterlage und was auch noch Sinn macht, sind so diese festeren Wickelunterlagen, die sind auch meistens bei den meisten Wickeltaschen mit dabei, wenn man jetzt mal an irgendeinem Ort ist, wo man irgendwie auf irgendeinem, keine Ahnung, Tisch oder Rasen oder wo auch immer irgendwie die Windeln wechseln muss, dass man einfach nochmal was drunterlegen kann, damit es einfach ein bisschen hygienischer ist. Dann natürlich Wundschutzcreme und Feuchttücher nicht vergessen. Dann, wie gesagt, kann ich euch empfehlen, einfach so die wichtigsten Medikamente auch dabei zu haben, also mal sowas wie ein Fieberzäpfchen, Nasentropfen, Augentropfen, Fieberthermometer und so. Das macht einfach Sinn, es auch griffbereit zu haben, falls dem Kind irgendwie doch unterwegs plötzlich irgendwie schlecht gehen sollte. Dann natürlich auch ins Handgepäck ein paar solche Spucktücher, damit man einfach, wie gesagt, irgendwie Schmutz kurz mal schnell wegmachen kann oder ähnliches. Ja, dann kommen wir zum ganzen Thema Essen wieder. Also auch da kommt es natürlich wieder sehr stark drauf an, was euer Kind halt zu sich nimmt. Man sollte auf jeden Fall genug Essen mitnehmen für die Dauer der Anreise plus auch nochmal wieder ein bisschen Puffer einplanen. Also auch hier, man weiß nie, ob der Flugverspätung hat, mal im Stau steht oder wie auch immer. Also auf jeden Fall lieber mal ein, zwei Mahlzeiten mehr mitnehmen. Und oft ist es auch so, dass Kinder dann natürlich auch einfach sich vielleicht ein bisschen mehr langweilen und dann halt auch einfach ein bisschen mehr essen. Also da auf jeden Fall lieber großzügig planen und lieber ein bisschen mehr mitnehmen. Also wenn euer Kind Brei ist, dann halt irgendwie einfach verschiedene Mahlzeiten von solchen Babygläschen. Ich mache es auch immer so, dass ich zum Beispiel am Abend vorher noch so was wie Waffeln oder so mache, weil unser Kleiner die einfach super gerne isst und packt die dann hier in so eine Box und nehmt die auch mit. Dann natürlich auch die entsprechenden Löffel, die man braucht, um den Brei zu füttern. Dann nehme ich auch noch jede Menge Snacks mit, damit der Kleine einfach zwischendrin ein bisschen was zum Knabbern hat. Also zum Beispiel hier solche Hirsestangen oder ähnliches. Dann auch immer cooles Sohn Quetschi. Also manche Kinder können es auch schon selber trinken oder sonst kann man es auch auf den Löffel irgendwie geben. Dann natürlich das Trinken. Da sollte man auch ausreichend viel mitnehmen. Also es ist auch jetzt beim Flugzeug gibt es ja auch keine Begrenzung, was Flüssigkeiten angeht, wo man eben ein Baby dabei hat. Also da kann man auch noch mal mehr Wasser mitnehmen, aber man kann es auch normalerweise im Flugzeug eben nachfüllen. Und wenn euer Kind natürlich noch prämig, trinkt dann natürlich entsprechend das Pulver, die Fläschchen und da macht es auch natürlich Sinn, irgendwie eine Thermoskanne mit Wasser mitzunehmen. Und für die Kinder, die dann schon essen, natürlich auch noch so ein Letzchen. Ja, dann finde ich es auch immer gut für die Anreise, irgendwie so eine Decke mitzunehmen. Also egal, ob man es im Auto, im Zug oder im Flugzeug ist, man weiß halt nie, wie die Temperatur dort ist. Und das ist auch immer cool, weil das Kind einfach nochmal irgendwie zudecken kann. Dann natürlich auch wieder so das, was das Kind eben braucht, um sich wohlzufühlen. Also so ein Schmusezug oder eben auch Schnuller. Dann, was ich auch schon erwähnt hatte, gerade bei Flugreisen und Ähnliches, macht es auch Sinn, noch mal so dickere Socken mitzunehmen, damit einfach die Füße vom Kind warm stecken. Ja, und dann natürlich auch wieder noch ein bisschen Beschäftigungsmöglichkeiten. Also diese coolen Teile hatte ich euch ja gerade schon gezeigt. Bälle mag unser Kleiner auch immer sehr. Ja, solche Rasseln, solche Bücher zum selber durchblättern oder auch nochmal so ein Buch, was man dem Kleiner eben auch selber irgendwie zeigen kann. Ja, und dann zu guter Letzt, was ich immer noch ganz cool finde, ist, wenn man so eine Decke mitnimmt. Also das ist hier wirklich eigentlich so eine Pickwick-Decke, die hat auch so eine isolierende Aluschicht hier. Also wir hatten zum Beispiel letzte eine Flugreise, da hat unser Flug leider vier Stunden Verspätung gehabt und unser Kleiner krabbelt halt schon rum. Dann haben wir halt so schnell so ein paar, also so ein Handtuch, was wir noch im Handgepäck hatten und so die Jacken irgendwie ausgebreitet. Aber der Steinboden am Flughafen war halt auch sehr kühl und da hätten wir jetzt wirklich gewünscht, dass wir halt diese Krabbeldecke dabei gehabt hätten. Auch wenn man jetzt im Auto fährt, das ist jetzt irgendwie nicht so super kalt draußen, dann kann man einfach auch mal kurz irgendwie anhalten, ein Kleining ein bisschen rumkrabbeln lassen oder ähnliches. Also das ist auf jeden Fall eine Empfehlung von mir, wenn euer Baby halt schon im Propp- oder im Krabbelalter ist. Ja, damit haben wir auch das Handgepäck gepackt. Damit solltet ihr auf jeden Fall für eure Reise gut ausgestattet sein. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder euch noch irgendwas einfällt, irgendwelche Produkte oder ehrlich gesagt, die muss man unbedingt bei einer Reise dabei haben, dann schreibt es sehr gerne unten in die Kommentare. Ja, wenn ihr euch für das Thema Fliegen mit Baby interessiert, dann schaut sehr gerne in mein Video rein, wo ich euch einmal von unserer Flugreise mit unserem Kleinen erzähle und euch einfach Schritt für Schritt erzähle, wie eben so eine Flugreise mit Baby abläuft und was man da beachten muss. Das Video verlinke ich euch einmal hier. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir sehr gerne einen Daumen nach oben. Und wenn ihr in Zukunft keine Videos mehr von mir verpassen wollt, rund um die Themen Schwangerschaft, Geburt und im Leben mit Baby, dann abonniert sehr gerne einmal meinen Kanal. In dem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.